Ja Leute, damit willkommen zu diesem ganz kurzen neuen Video und in diesem Video zeige ich euch die drei versteckten blauen XP Münzen aus der neuen Woche 7. Ich würde sagen, wir verlinken gar keine Zeit und gehen davon mal direkt in eine Runde Gruppenkeile. Und in der Runde hier zeige ich euch jetzt mal die blauen Münzen. An der Stelle würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr ganz kurz ein Abo hier lassen würdet. Ihr seht hier immer die ganzen Münzen und Herausforderungen zu Fortnite. Für die erste blaue XP Münze gehen wir jetzt auf jeden Fall direkt nach Oli Hedges und zwar ganz genau hier zu diesem Haus hin. Hierbei müsst ihr einfach mal hier unten diese Tür öffnen und da gibt es hier einmal ganz genau diese Box, die baut ihr ab. Und dann seht ihr auch schon, gibt es hier die erste blaue Münze. Diese ist auf der Karte dann ganz genau hier an der Stelle mitten in Oli Hedges. Die zweite blaue Münze gibt es auf jeden Fall hier bei Sweaty Sands. Landet am besten einfach mal in der Nähe von diesem Steg und dann müsst ihr hier ganz genau rechts in diesem Taco Shop gehen. Hier müsst ihr einfach mal durch diesen Durchgang gehen und dann versteckt sich hier bei dem Zwerg die nächste blaue Münze. Einfach mal hier kaputt hauen und dann seht ihr schon die nächste Münze, die auf der Karte ganz genau hier ist. Und die dritte und somit letzte blaue versteckte Münze gibt es in Risky Reels. Und ihr müsst hier einfach mal bis am Rand von Risky Reels durchfliegen. Hier gibt es dann auf jeden Fall bei diesen Bänken noch eine blaue Münze und zwar ganz genau hier. Einfach mal die Box kaputt machen und dann kommt hier die blaue Münze raus, die ihr auch hier einsammeln könnt. Und die wäre auf der Karte ganz genau an dieser Stelle. Und das sind auf jeden Fall alle blauen Münzen aus der neuen Woche 7. So und das waren auch schon die drei versteckten Münzen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch geholfen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.